Also, vielen Dank für den Tag. Es war echt wunderschön mit dir. Mir hat das echt Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast den Abend auch genossen. Ja. Und ich habe noch eine Kleinigkeit mir einfallen lassen für dir. Deswegen hätte ich gern, dass du die Augen zumachst. Okay. Bitte nicht schummeln. Das dauert jetzt ein bisschen und ich werde das dann direkt vor das Gesicht halten. Moment bitte. So, es ist jetzt direkt vor deinem Gesicht und ich möchte dich fragen, ob du vielleicht weißt, was es ist. Ah, Rosen. Malia, danke.